Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute, wie ihr seht, möchte ich nicht mit Energie geizen, wir müssen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es geht heute um Blackouts. Und damit meine ich nicht das, was ich immer vor Mathe-Prüfungen hatte. Embargo hier, Energiekrise da, Gasknappheit, explodierende Pipelines. Momentan kann einem echt bange werden. Man liest sie jetzt überall, ja, die Überschriften zu Artikeln, die auf die Gefahr eines künftigen Blackouts hinweisen. Stimmen, die den Zusammenbruch dieser Nation vorhersagen, die häufen sich seit Herbst. Doch ich wollte wissen, als wie wahrscheinlich Experten es einschätzen, dass es so weit kommt und wie gut wir eigentlich vor diesem Fall geschützt sind. Und leider muss ich euch sagen, so ganz unberechtigt sind ihre Sorgen leider nicht. Am Wochenende hat der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das BBK, Ralf Thiesler, flächendeckende Stromausfälle, sogenannte Blackouts, als möglich bezeichnet. Nicht nur wegen der Energieknappheit, sondern auch um die Netze zu schützen, könnte regional und zeitlich begrenzt der Strom abgestellt werden. Stellt euch auf mögliche Krisen ein, appellierte Deutschlands oberster Katastrophenschützer an die Bürgerinnen und Bürger. Geht nicht davon aus, dass immerzu alles problemlos zur Verfügung steht. Schlimmstenfalls könnte gar das Handynetz zusammenbrechen. Dann sind die Menschen nicht mehr erreichbar. Uff, okay, okay, okay. Also, dass es so ernst ist, das hätte ich nicht erwartet. Die Bundesnetzagentur hat abgewiegelt. Sie hat gesagt, mit so einer Entwicklung sei nicht zu rechnen. Danach hat auch das BBK klargestellt, Thiesler habe nur die grundsätzliche Bedeutung von Vorsorgemaßnahmen hervorheben wollen. Und die Bundesnetzagentur unterstellte Thiesler indirekt Panikmache. Deutschland verfügt über eines der weltweit zuverlässigsten Stromversorgungssysteme, sagte ein Sprecher. Es gibt zahlreiche Mechanismen und Reserven zur Stabilisierung des Stromnetzes. Also, man merkt wieder, das eine ist der Fakt und das andere das, was man daraus macht. Und das Thema Blackout ist ein Thema, über das sehr gerne sehr viel und vor allen Dingen auch oftmals sehr alarmistisch gesprochen wird. Also, was jetzt? Bedrohung? Keine Bedrohung? So ein bisschen Bedrohung? Wenn es zu einem Blackout kommt, dann wird es ungemütlich. Kein Wasser aus dem Hahn, Kühlketten werden unterbrochen, Kassensysteme fallen aus, die Bahn fährt nicht mehr. Tankstellen sind auch selten mit Notstromversorgung ausgestattet, sodass ihr noch nicht mal mal tanken könnt. Die Wasserversorgung, Handynetze, Internet, kein Bargeld am Automaten, Nahrungsmittelknappheit durch Panikreaktionen, Müll- und Abwasserentsorgung brechen auch irgendwann zusammen. Und nach einer Woche droht sogar Gefahr in Atomkraftwerken, weil Reaktoren nicht mehr ausreichend gekühlt werden. All das ist zu erwarten, wenn ein solches katastrophales Szenario eintritt. Und je länger ein solcher Zustand nicht behoben werden kann, desto schlimmer wird es. Viele Krankenhäuser können sich autark versorgen. Die anderen haben oftmals Notstromaggregate, aber auch die halten nicht ewig. Unsere Gesellschaft ist in nahezu allen Bereichen von einer sicheren und zuverlässigen Stromversorgung abhängig. Ein lang andauernder und großflächiger Stromausfall würde alle kritischen Infrastrukturen betreffen, heißt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Okay, übel, übel und zwar auf Ebene einer nationalen Katastrophe. Passiert das so und wir sind nicht vorbereitet, dann haben wir ein Problem. Man kann durchaus sagen, dass die Bedrohungslage im Hinblick auf Blackouts allgemein unterschätzt wird. Sollte allerdings gleichzeitig feststellen, dass die Angst von politischen Akteuren im übertriebenen Maße geschürt wird. Also sprich, sich sinnvoll damit auseinandersetzen und vorbereitet sein versus Panik und den Weltuntergang heraufbeschwören. Ähnlich wie Cancel Culture ist Blackout zu einem Wort geworden, mit dem man schön in eine politische Debatte einsteigen kann, um sie federleicht mit Zorn anreichern zu können und von der Faktenebene auf eine Ebene gefühlter Wahrheit hieven zu können. Und man kann mit dieser Angst auch gut Quote und Geld machen. In der Google-Vorschau zu einem SWR-Artikel hieß es beispielsweise recht bedrohlich, Blackout-Gefahr, CDU-Politiker Jung rät im Interview zu Wachsamkeit. Klickt man den Artikel dann an, heißt der Titel eigentlich, CDU-Politiker Jung rät zu Wachsamkeit, nicht Panikmache, was einen weitaus kühleren Kopf beweist und den SWR selbst so ein bisschen straft. Denn genau dieser Panikmache macht man sich mit solchen Schlagzeilen auf jeden Fall schuldig. Die Welt, das ist mein Lieblingsmagazin, die geht sogar noch einen Schritt weiter und appelliert nicht nur an die Angst der Menschen, sondern gleich auch noch an ihre Gier. Sorgen vor dem Blackout. Diese sieben Aktien bieten Chancen für Anleger. Das ist einfach langsam nur noch peinlich. Deswegen möchte ich heute mit euch mal versuchen, die Blackout-Gefahr möglichst neutral in Erfahrung zu bringen, weil ich selber dazu im Vorfeld des Videos noch viel zu wenig wusste. Deswegen zuallererst mal die Frage zu beantworten, was ist Blackout? Ich meine, bevor wir uns der Frage widmen, ob es denn dazu kommen kann, müssen wir ja erstmal wissen, was es überhaupt ist, oder? Ich habe ja in meiner Kindheit oft Stromausfälle, ja, teilweise über Stunden miterlebt. Seitdem ist unsere Abhängigkeit von Geräten aller Art drastisch gestiegen. Wissen wir alle, ja, welche Prozesse unseres Lebens funktionieren ohne Strom mittlerweile. Und was in einem Privathaushalt noch kein Problem darstellt, das bedeutet für kritische Infrastruktur etwas ganz anderes. Ein lokaler oder regional begrenzter Stromausfall ist aber kein Blackout. Das Wort wird hier, ob wissentlich oder unwissentlich, sehr oft falsch verwendet. Ich zitiere mal die Definition der Bundesnetzagentur, die deckt sich auch ungefähr mit der des österreichischen Zivilschutzes beispielsweise. Ein Blackout ist ein unkontrolliertes und unvorhergesehenes Versagen von Netzelementen. Das führt dazu, dass größere Teile des europäischen Verbundnetzes oder das gesamte Netz ausfallen. Sogenannter Schwarzfall. Also sprich, es handelt sich hier nicht um lokale oder regionale Stromausfälle, sondern Ausfälle eines großen Teils der Versorgung Europas. Ein solches Ereignis könnte beispielsweise auftreten, wenn in einer angespannten Last- und Erzeugungssituation zusätzlich schwere Fehler an neuralgischen Stellen des Übertragungsnetzes auftreten. Ein Blackout ist also grundsätzlich kein durch eine Unterversorgung mit Energie ausgelöstes Ereignis, sondern bedingt durch Störungen im Netzbetrieb. Da gibt es dann noch eine Abstufung, nämlich den sogenannten kontrollierten Brownout. Dieser kann notwendig werden, wenn im Vergleich zur nachgefragten Menge zu wenig Strom produziert werden kann. Zum Beispiel aufgrund eines Brennstoffmangels für Kraftwerke oder einer allgemein zu ringen Erzeugung. Beispielsweise auch durch Nichtverfügbarkeit von Erzeugungsanlagen. In diesem Fall ist es notwendig, die Nachfrage so weit zu reduzieren, dass das Angebot die Nachfrage wieder vollständig decken kann. Nur so kann die Versorgung mit Strom weiterhin stabil und zuverlässig gewährleistet werden. Und um die Lasten zu verteilen, kommt es dann vermutlich zu einem rollierenden Brownout. Ein was? Ja, ja, man schaltet hintereinander kontrolliert andere Verbraucher ab, um nicht einzelne Verbraucher übermäßig zu belasten. Das ist dann keine Gefahr. Das ist dann schlicht lästig. Um genau zu sein, ist es ja genau das, was man durchführt, um eine Gefahr für das Gesamtnetz zu vermeiden. Und natürlich sollte man für solche Situationen auch ein bisschen vorbereitet sein. Wir hatten damals beispielsweise ganz viele Kerzenleuchter zu Hause, die wir dann im ganzen Haus verteilt haben. Und ich meine, als Kind fand ich das natürlich total spannend, aber da muss ich mir auch noch keine, oder ich habe mir da noch keine Sorgen gemacht um die Welt drumherum. Es wird sicherlich auch Sinn machen, noch Wasser und Batterien, Nahrungsvorratspakete zu haben, zumindest für eine kurze Zeit, dass man hier in dem Sinne autark für sich die Zeit verbringen kann. Einfach rechtzeitig vorsorgen. Die Bundesnetzagentur sagt selbst, ein großflächiger Blackout ist äußerst unwahrscheinlich. Das elektrische Energieversorgungssystem ist mehrfach redundant ausgelegt und verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen, die selbst bei größerem Störungsereignis einen völligen Zusammenbruch des Übertragungsnetzes verhindern sollen. Das ist ganz schön deutsch, dieser Satz gewesen. Das waren ganz schön schwierige Worte. Die Sicherungsmechanismen werden kontinuierlich auf ihre Eignung geprüft und bei Bedarf angepasst. Es ist wirklich schwierig, das zu zitieren, ohne einen trockenen Mund zu bekommen. Ich fasse das mal zusammen. Man kümmert sich und es läuft schon. Aber die wollen uns natürlich nur für dumm verkaufen. Aber wir als informierte Bürger, wir wissen Bescheid. Ja, wir lassen uns da nicht täuschen. Die Energieinfrastruktur Europas ist angreifbar und das war sie schon immer. Das ist keine Panikmache, das ist halt leider einfach so. Und wir waren auch schon mal das Ziel von Angriffen. Ja, ja. Cyberangriffe. Diese konnten aber bisher abgewehrt werden. In der Ukraine jedoch hatten russische Hacker 2015 Erfolg und ließen 27 Umspannwerke gleichzeitig ausfallen. Hunderttausende waren ohne Strom. Ein Sprecher des Bundesministeriums für Sicherheit in der Informationstechnik sagt, dass das Risiko immer besteht. Natürlich auch an der Infrastruktur selbst. Aber ein großer Vorteil Deutschlands ist, dass wir über 800 dezentrale Netzbetreiber haben. Des Weiteren gibt es noch vier Übertragungsnetzbetreiber. Statt einem flächendeckenden Blackout würde es beim erfolgreichen Angriff auf einen Netzbetreiber deshalb immer stabile Inseln geben, von denen aus das Netz rasch wiederhergestellt und die Versorgung hochgefahren werden könnte, sagt ein Sprecher des Verbandes kommunaler Unternehmen. Allerdings ist die vollständige Sicherheit vor Cyberangriffen nur dann gewährleistet, wenn man die Anlagen komplett vom Internet kappt. Ha! Also ist es doch nicht sicher. Halten wir also fest, Dezentralisierung ist positiv, eine Abkopplung vom Internet wäre optimal. Und wenn wir jetzt hier über Dinge wie Terrorismus reden, da würde ich mir tatsächlich eher Sorgen machen bei laufenden Atomkraftwerken, nicht wahr? Anstatt bei zigtausenden Windkraft- und Solaranlagen. Und hier jetzt über IMPs zu fachsimpeln, das bringt uns nicht weiter, denn das beinhaltet in den meisten Fällen eine Atombombe, die in der Luft gezündet wird. Und das wird diplomatisch vermutlich dann wie ein Atomschlag gewertet. Und ich glaube nicht, dass man Atomkrieg mit der NATO führen möchte. Auch eine Sache, von der ich wirklich keine Ahnung hatte. Und zwar, wie funktioniert eigentlich unser Stromnetz? Also mal ganz simpel ausgedrückt. Energie wird über verschiedene Quellen eingespeist. Es gibt einen europäischen Energiemarkt, an dem Energie an- und verkauft werden kann. Oder muss. Denn auch zu viel Strom, das ins System eingespeist wird, ist sehr schlecht für die Stabilität. Aktuell ist Deutschland vor allen Dingen Verkäufer. Kurzfristige Unterversorgung kann durch die Momentanreserve abgefangen werden. Das sind mehrere hundert Tonnen schwere rotierende Generatoren in Kern- und Kohlekraftwerken, die in ihrer Bewegung Energie speichern. Jedes konventionelle Kraftwerk stellt Momentanreserve oder Schwungmasse zur Verfügung. Wie man das adäquat mit erneuerbarer Energie umsetzt, daran wird jetzt gerade geforscht. Da ist man noch nicht so weit. Und deswegen gibt es auch noch die sogenannte Netzreserve. Das sind zehn nicht mehr rentabel laufende Kohlekraftwerke, die jederzeit vollbesetzt bereitstehen und bei Stromengpässen sofort einspringen können. Ein zentrales Sicherheitsprinzip ist außerdem das sogenannte N1-Kriterium. Das bedeutet, dass zum Beispiel beim Ausfall einer Leitung immer Ersatz zur Verfügung steht. Also auch wenn jetzt irgendjemand spontan sich denkt, ich kappe jetzt mal eine Leitung, dann kann die überbrückt werden. Oft wird ja auch befürchtet, dass ein Ausbau erneuerbarer Energien Blackouts wahrscheinlicher machen könnte. Und tatsächlich ist es so, dass der Eintrag von erneuerbaren Energien stärker schwankt. Also abgesehen von Wasserkraft- oder Biomasseanlagen. Und das ist ein großes Problem. Zu Peak-Zeiten wird zu viel Energie produziert. Das ist auch ein Problem, wir erinnern uns. Hier ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial, gerade im Hinblick auf Speichermöglichkeiten. Klingt jetzt erstmal blöd. Aber die Energieversorgungssicherheit ist auch mit einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien gesichert. Sagte Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk. Und natürlich ist es auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen unabhängiger ist von taktischen Ressourcen aus dem Ausland. Im Bericht der Deutschen Übertragungsnetzbetreiber 2020 liest man, darüber hinaus setzen die UNB beim Netzwiederaufbau auf schwarzstartfähige Kraftwerke. Meist in Form von Wasser- oder Gaskraftwerken. Schwarzstartfähig bedeutet, dass die Kraftwerke ohne Zugabe von Energie von außen anfangen können, Energie zu produzieren. Und da liegt der Hase im Pfeffer. An Gas oder ähnlichem werden wir auch in absehbarer Zeit nicht vorbeikommen. Und wir brauchen zusätzlich dazu noch mehr Stromtrassen von Nord nach Süd, um Schwankungen im ganzen Bundesgebiet besser abfedern zu können. Wenn man immer mehr auf nachhaltige Energieerzeugung umsteigt, dann muss man hier mehr Speicherkapazität zur Verfügung stellen. Im Bericht sprach man davon, dass man einen Jahreshorizont von fünf bis acht Jahren erwartet. Da man jetzt immer mehr kleine Anlagen anstatt einiger großer Anlagen hat, wird natürlich auch die Komplexität erhöht. Was an sich das ganze System wieder schwieriger macht, aber durch die Dezentralität zumindest weniger angreifbar. Also auch wieder hier, es sieht eigentlich sehr gut aus, eine Gefahr besteht trotzdem. Also zumindest sehr gering. Dominik Möss, Professor für Energiewirtschaft an der TU Dresden, sagt dazu, das Risiko für einen Blackout schätze ich weiterhin als gering ein. Die Unternehmen in Deutschland sind sehr professionell. Dennoch kann man sich immer Szenarien ausmalen, die zu einem Blackout führen. Dies gilt natürlich auch unabhängig von den aktuellen Entwicklungen. Aha, ja, also, wenn man sich ein Szenario ausmalt, dann gibt es immer noch Blackout, hat der Professor gesagt. Und die Angst in Energiefragen treibt die Leute gerade um. Beispielsweise aus Angst vor Gasmangel steigen manche Bürgerinnen und Bürger auf elektronische Heizgeräte um. Das muss ich mal kurz erwähnen, weil das ist keine gute Idee. Vor allen Dingen nicht im Hinblick auf die Stabilität des Netzes, weil die tatsächlich sehr viel Strom verbrauchen und da eben das Netz belasten. Die Bundesregierung schließt nicht kategorisch aus, dass es zu Blackouts kommen kann bei Extremsituationen, sagt aber, dass dies sehr unwahrscheinlich sei. Die Antwort auf die Frage, wird es ein Blackout geben, ist eindeutig nein, sagte wiederum Tenet-Manager Jochen Jung. Die vier Übertragungsnetzbetreiber haben im Auftrag des BMWK in der Sonderanalyse die Sicherheit des Stromnetzes für diesen Winter unter verschärften äußeren Bedingungen untersucht. Eine stundenweise krisenhafte Situation im Stromsystem im Winter 2022-23 ist zwar sehr unwahrscheinlich, kann aktuell aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Konkret zeigt der Stresstest, dass in bestimmten Regionen in Europa in einigen Szenarien die Nachfrage ohne zusätzliche Maßnahmen nicht vollständig gedeckt werden kann. Im sehr kritischen Szenario und im Extremszenario treten solche Situationen für sehr kurze Zeiträume, das heißt einige wenige Stunden im Jahr, auch in Deutschland auch, heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Falls dieser unwahrscheinliche Fall eintritt, sind wir entweder vorbereitet oder nicht. Der Katastrophenschutz jedenfalls, der ist unterversorgt. Mario Meinert von der Hochschule Fortwang sagt, das Etat des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beträgt nur 0,3% des Bundeswehretats. Und wir wissen ja, wie toll die finanziert sind. Leute, in dem Bereich stimmt so vieles nicht, das wäre schon wieder ein eigenes Video für sich. Eine gänzliche Kompensation sämtlicher Bedarfe durch staatliche Hilfsmaßnahmen sei aber bei größeren Notlagen nicht realistisch zu gewährleisten, da gegebenenfalls auch eine Konzentration auf beispielsweise vulnerable Personengruppen oder besondere Einrichtungen erfolgen müsste. Zu dem Schluss kommt Business Insider. Selber für, ich sag mal, zwei Wochen Wasser, Nahrungsreserven, Batterien, Lampen und sowas zu haben, ist es sicherlich nicht verkehrt. Aber ich sag's ja nochmal, Deutschland ist nach Südkorea das Land mit dem stabilsten Stromnetz der Welt. 2019 waren es 12 Minuten Stromunterbrechungsdauer pro Kunde im Schnitt. In den USA sind das 110 Minuten. Und jetzt waren wir bei nur knapp 11 Minuten. Es wird also auch sukzessive besser. Und der letzte größere Stromausfall in Deutschland, der war 2005 im Münsterland, als Stromtrassen unter den Schneemassen einbrachen. Vor 17 Jahren. Wieso reden wir denn überhaupt gerade so viel von Blackouts? Wir reden momentan viel über Blackouts, weil die Versorgungssituation sich aktuell krass wandelt. Zum einen natürlich aufgrund der geopolitischen Lage. Der Krieg, das Erdgasembargo, die Anschläge auf die Pipelines, der Atomausstieg, der Wandel hin zu erneuerbarer Energie, der unzureichende Ausbau von Trassen, aber auch bei der Windkraft in Bayern beispielsweise, wie man bei Forbes liest. Aber auch die Niedrigstände der Flüsse in Europa, ja? Die den Atommeilern in Frankreich zu schaffen gemacht haben. Liegt da eigentlich auf der Hand, dass man sich mal fragt, funktioniert das denn für uns noch so? Die Antworten darauf wurden sehr oft gegeben in den letzten Wochen. Und hier jetzt auch nochmal. Aber es wird weiter auch konsequent Panik verbreitet. Und hier mal wieder die Frage, ne? Cui Bono? Wem nützt das eigentlich? Natürlich wiederum die, die gegen die Energiewende votieren, als auch gegen Sanktionen gegen Russland. Weil die können sagen, tja, wenn ihr nicht auf uns hört, dann kommt die Katastrophe. Davon profitieren vor allen Dingen politische Kräfte, die das Misstrauen in etablierte Akteure vergrößern wollen. Und natürlich die, die gerne Prepper-Material für sehr gutes Geld verkaufen möchten. 2020 warb die AfD beispielsweise in München mit einem Plakat mit dem Aufschrift Keine Lust auf Blackout und Energie statt Ideologie. Es ist also auch ein identitärer Kampf gegen die Grünen. Robert Andreas vom AIDA-Archiv gegen Rechtsextremismus in München sagt dazu, Die Botschaften malen indirekt auch das Schreckensbild eines Zusammenbruchs der Gesellschaft an die Wand. Solche großen Ängste lassen sich seitens der Rechten gut dafür nutzen, um sich als Akteure darzustellen, die mit einfachen, vermeintlichen Lösungen diese Gefahr bannen. Ich fasse also mal zusammen. Das deutsche Stromnetz ist eines der besten der Welt. Lokale Stromausfälle sind kein Blackout. Diese können als kontrollierte Brownouts vorkommen, auch um dann wirkliche Blackouts zu vermeiden. Ein richtiger Blackout ist aufgrund der verschiedenen Sicherheitsmechanismen und der Dezentralität unseres Systems sehr unwahrscheinlich. Es müsste zu einer Verkettung diverser problematischer Umstände kommen, die ineinander greifen, damit es soweit kommt. Hackerangriffe sind allerdings eine realistische Gefahr für die Stabilität des Stromnetzes. In Deutschland hat es bereits Cyberangriffe gegeben. Diese hatten jedoch keine Auswirkung auf die Netzsicherheit. Die Energiewende stellt uns vor große Herausforderungen, die besonders im Hinblick auf adäquate Speicherungen und Leitungen weiter verstärkt angegangen werden müssen. Der Diskurs ist nicht neu und wird seit Jahrzehnten immer wieder heraufbeschworen. Er kocht hoch, sobald es im Kontext der Zeit sinnhaft erscheint, aber eben auch sich Veränderungen ankündigt und man sich die Frage stellt, ob man nicht lieber bei dem bleibt, was sich als bewährt herausgestellt hat. Lasst euch davon keine Angst machen. Für den absoluten Extremfall vorbereitet zu sein, ist sicherlich nicht verkehrt. Und wie ihr das am besten seid und machen könnt, dazu verlinke ich euch ein paar Quellen in der Beschreibung. Falls ihr dann jetzt noch Lust auf so ein paar Schworbeleien haben solltet, ich habe gerade auf meinem Kanal Eisberg einen niegelnagelneuen Verschwörungsmythen Eisberg hochgeladen. Verlinke ich euch auch da drunten. Schaut da gerne vorbei. Jeden Donnerstag 17 Uhr gibt es ein neues Video. Ansonsten freue ich mich, dass ihr hier gewesen seid. Teilt gerne dieses Video mit Menschen, die auch ein bisschen Angst bekommen haben. Lasst mir gerne euer Abo da. Und ansonsten sage ich bis dann, Tschüssikowski und beim nächsten Mal reden wir ein bisschen über Fußballer.